Ja, hallo allerseits, ich bin Trubti und herzlich willkommen zu YesYoga Art Stories und jetzt bin ich in der Train, sozusagen Western Railway Train und fahre nach Journey Road und weil heute Sonntag ist und auch ein Feiertag ist, ist es relativ leer und auch weil das ziemlich früh morgens ist, ist das relativ, wie sagt man, leer. Ja, jetzt seht ihr, wie das ist, normalerweise ist das ziemlich voll und ich bin ganz ziemlich am Brand, weil wenn ich aufsteigen muss, die anderen Leute werden gar nicht warten, bis ich aufsteige und dann muss ich ziemlich fokussiert aufsteigen und durchsengeln, was kann man sagen, das ist so geworden und wenn es rasch rauer ist, dann ist das ganz fast unmöglich, weil ich auch nicht die Gewöhnheit habe. Ja, und natürlich die meisten Leute, die wollen immer so stehen, weil dann kommt die schöne Luft von außen und dann schwitzt man nicht so sehr. Genau, und jetzt gehe ich zu Journey Road und zu Kaivaletam, wo ich meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, allerdings das war jetzt der Hauptort in Lonam, das ist ein Vorort von Bombay, ein Hill Station. Hier gehe ich zu dieser Kaivaletam, was hier in Mumbai oder Bombay ist, direkt am Journey Road am Meer. Insofern, bis gleich, tschüss! Jetzt bin ich raus aus der Station und laufe ich natürlich weiter. Auf der rechten Seite sieht man ja das Meer und das ist das Makotlal-Swimmingpool. Und da habe ich ab und zu mal, bin ich geschwommen als Jugendlicher. Ja, man sieht ja, das ist richtig schön hier, viele Bäume. Und hier ist auch ziemlich viel los, weil in Bombay oder Mumbai wird momentan ein Metro gebaut. Das ist ein, wie sagt man, so wie wir in Deutschland haben, U-Bahn gebaut. Und das wird ja schon seit einigen Jahren, haben die angefangen zu bauen, aber es ist immer noch sozusagen Bau in Aktion. Auf der linken Seite sieht man ja den Bahn, das haben den Rail-Truck neben dieser grünen Gartenanlage. Das ist hier Jawaharl Balboon. Da innen ist ein sehr schöner, großer Garten. Und hier gibt es sehr viele Angebote für Kinder. Also wie Volkshochschule kann man sein, aber mehr oder weniger nur für Kinder. Und hier habe ich auch zwei Wochen Karate-Workshop gemacht nach meiner zehnten Klasse in Ferienzeit. Und ja, das ist ein sehr schöner Garten. Und hier dieses Gebäude, wo die ganzen Pottery-Koß habe ich auch gemacht. Das war eine Töpferrei. Und hier ist es jetzt gerade, glaube ich, zu. Aber genau, das ist zu. Aber innen ist dieser riesig schöne Garten, was man von der, als ich lief, auch sah, dieser große Garten. Und jetzt laufe ich weiter Richtung Calvary-Dham, den Journey Road Branch. So, hier ist Kaivalya-Dham. As you can see, it says, the boat behind me says Kaivalya-Dham. Because it's, because it's, as I said, Bank Holiday Ram, now me. So, Ram's day is celebrated today. So, it's, I think it's closed. But let's go inside and have a look. So, you'll see all the Kavarita books here in the bookstore. And inside there are classes. There's also a place where you can do massage therapy. You can take massages. And an Ayurvedic doctor here. So, that's it for me. And see you again soon. Stay healthy and happy. And tune into Yes Yoga Stories. Press the bell icon for notifications. And if you like it and want to have a little bit of satisfaction or trukti in life, then subscribe to my channel. Bye-bye. Bye-bye.